Grüß euch Alpinfreunde, wir sind heute auf dem Weg über die Genderalm aufs Holzeck, dann am Grat zurück zum Königsberghorn und da steigen wir dann wieder ab Richtung Tal und zurück zum Auto. Wenn euch das Video gefällt, wird man sich freuen, wenn du einen Zauber hinterlässt und einen Daumen hoch. Unsere Tour startet in Lämmerbach, zunächst geht's auf für Zürgeneralm, weiter geht's aufs Holzeck und über den Hochdron um mich zum Königsberghorn, absteigen dann mal über die Königsbergalm, über einer Forststraße kommen wir wieder zurück zum Ausgangspunkt. Kurz nach dem Parkplatz biegen wir rechts in den Wanderweg hin Richtung Genderalm, steht eineinhalb Stunden, wir werden es vielleicht schneller schaffen. Der gut ausgebaute Weg zur Genderalm ist nicht weißgut wie steu, er ist gut zum Genderalm. Immer wieder müssen wir die Forststraße überqueren. Immer wieder müssen wir die Forststraße überqueren. Eine 4,5 Stunde sind wir unterwegs, kommen wir auf eine Kreuzung hin. Man könnte rechts über die Forststraße hingehen oder links steigen auf die Genderalm. . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wer seinen Gipfelsturm eh in der Einsamkeit erleben will, der ist genau richtig da! Wir sehen hier schon unseren Wegverlauf, das ist Holtegg und wir werden dann den Grad umgehen bis zum Königsberger Horn! Ein bisschen mehr wie eine Stunde sind wir unterwegs, jetzt sind wir angekommen auf der Generalm und da gibt es jetzt hoffentlich einen Kaffee und eine Skiwasser! Nach kurzem Rast auf der Buschenhütten geht es für uns, die die Vorstraße weiter Richtung Hoher Zinken! Ja da, vorne sehen wir als Scanner Horn, da waren wir vorne, wo wir das Video dazu hau ich unten in die Beschreibung! Und das da, das ist die Gamsbeine! Wir sehen uns jetzt Holtegg, das ist unser erster Anlaufpunkt! Von der Hüttenweg sind wir fünf Minuten weg, wir biegen jetzt so links Richtung Königsberg, oben, zwei Stunden! München, zwei Stunden, drei Stunden, drei Stunden und drei Stunden! Mit dem Nutzungsgarten, fünf Stunden, drei Stunden und drei Stunden! Der Aufstieg von der Gena Alm zum Holzeck ist richtig steuer und schweißtreibend. Die extrem steile Leiden wird mit Füßherpentinen etwas entschärft. Wann schaut es raus, wie man Leute da auf die Gitarre hat? Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Kurz die Lote da oben, nicht lang, 20-30 Meter Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Jetzt sind wir am Gerade herum und nachgekommen Wir müssen nachher links gehen Richtung Königsberghorn Da steht 45 Minuten Aber wir gehen jetzt dabei noch rechts Wir machen nur einen Abstecher Bam Holt sich Abstechen unchaste ein Sch suivre kleine Ein bisschen mehr als zwei Stunden sind wir unterwegs. Jetzt sind wir am Holzecker gekommen und ich glaube, wir werden da unser erstes Bier trinken. Okay. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber das Ganze ist einfach so schön. Aber, aber. Was der Tag für den anderen Tag? Ja, nach kurzem Kampf mit den größten und fliegerten Armeisen geht es für uns weiter. Wir gehen die Stücke wieder zurück zu der Kreuzung und weiter Richtung Königsberghorn. Da vorne sehen wir das Königsberghorn. Wir gehen die Stücke wieder zurück. 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 Unser Gipfel Nummer 2, der Hochtron, ist leider nicht mit einem Gipfelkreuz beschmückt. Wir gehen gleich weiter Richtung, jetzt fällt mir nicht ein Königsberghorn. Der Gerät, mit Verletzung, ca. 150 Meter Höhenverlust haben wir jetzt gemacht und jetzt geht es endlich wieder bergauf, Gipfelsturm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Königsbergheim Königsbergheim Untertitelung des ZDF, 2020 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 am Königsberghorn geht es für uns da runter Richtung Königsberg-Alm. Der Steig oben zu Königsberg-Alm ist recht steuer und rutschig, bei Nesse absolut nicht zum Empfehlen. Und unten haben wir den Königsberg-Alm, bei mir Smowie. Wir sind jetzt auf der Königsberg-Alm angekommen und müssen dann da links weiter der Vorstraße folgen Richtung Brunnauerhütte 12erhorn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach einer Weih entlang von der Vorstraße gehen wir mal auf eine Kreuzung hier. Wir müssen links Nückelberg weg nach Lämmerbach. Lämmerbach, da steht unser Auto. Ich finde, es war wieder eine recht liebe Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Bergvideo wiedersehen. In diesem Sinne, pfiat euch!